I feel like I'm surfing You a bad bitch, come and get your friend paid Scheiße ist die Kamera scharf Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube Kanal Und zwar habe ich gesehen, Tiger ist zurück mit einem geilen Comeback Tiger hat ein neues offizielles Musikvideo hochgeladen Das Ganze heißt Goddamn Und ja, es kann ja nur geil werden Was soll ich noch sagen Ich würde mir auch nicht länger dran rumfackeln Ich würde mir sagen, wir hören einfach in das ganze Ding mal rein Und ja, ich hoffe ich kann das Video dann hochladen Man hat ja schon bei deutschen Tracks immer diese Copyright Claims Also die Copyright Geschichte bei Reaction Videos Ja, bei mir wird das irgendwie entweder nie monetarisiert oder schon gar nicht gestattet Wir schauen einfach mal, wir schauen uns das Video zusammen an Und wenn das Video online kommt, dann hat es funktioniert Und wenn nicht, dann nicht Also das ganze Musikvideo hier an Carboy Style angelehnt Ja, an sich geil Der Beat ist geil Das Lied hört sich schon geil an Hören wir mal weiter Oh Scheiße Das ist der Moment In dem sich die Deutschen auf jeden Fall wieder mal von den Amis inspirieren lassen Mittlerweile trägt man jetzt schon Jeans Die einfach am Arsch ausgeschnitten sind Also, das ist der Trend für alle Modemarken Ihr könnt das Ganze schon mal hier in Deutschland auf den Markt bringen Ihr werdet definitiv etabliert dann am Markt sein Oh Scheiße Also, dann wisst ihr Bescheid Wie in nächster Zeit, in den nächsten Monaten Eventuell hier im Sommer auch die ein oder andere Dame rumlaufen wird Oh Scheiße Aber was ein Arsch Also, muss man schon sagen Die kann es sich auf jeden Fall erlauben Aber So eine Jeanshose habe ich echt noch nie in meinem Leben gesehen Aber zum Lied Geiles Lied Feier ich übertrieben Teil ich zurück Geil Feier ich übertrieben Ja, gute Taktik Wenn das Video relativ unspektakulär ist Ich meine hier in diesem Cowboy Look Um das Ganze ein bisschen aufzuwerten Ein oder zwei Damen mit so einer eleganten Hose Einem gut geprägten Körper, sage ich jetzt mal Und das Ganze wirkt doch schon ganz anders Geiles Lied Ohne Spaß Also schreibt doch einfach mal in die Kommentare Wie ihr den Song findet Feier ich übertrieben Ähm Ja Also das war es mit dem Musikvideo Das Comeback von Tiger Ist auf jeden Fall geil geworden Meiner Meinung nach Wie gesagt Den Song könnt ihr auch überall streamen Ich gebe mir den auch auf Spotify Ist schon in meiner Playlist drin In diesem Sinne Ich hoffe euch hat das Video gefallen Folgt mir gerne auf Instagram Abonniert meinen YouTube Kanal Lasst einen Daumen nach oben da Und dann sehen wir uns im nächsten Video Peace Bis zum nächsten Mal